Was wäre für dich das Schlimmste? Sinnlos zu sterben. Und das Beste? Sinnvoll. Für die Toten von Berlin ist unsere Regierung verantwortlich. Sie kommen zu uns, die Propheten von unseren Rechten. Es ist ein Pauzau-Cru de Bonn! Pauzau! Wer seid ihr genau? Willst du wissen, wer wir sind? Wir sind das neue Europa. Was passiert dir? Sie hat über den Angriff übergebracht. Oh mein Gott. Es ist alles so traurig. Und nicht mehr so glücklich. Die Mama ist tot! Sie ist tot, ja? Hör auf! Ich werde nie wieder auf damit, Papa! Ich werde nie wieder auf damit, Papa! Ich werde nie wieder auf, Papa! Nie wieder! Wir kreieren etwas, das überall in Europa gehört wird. Das wird der letzte Stahl sein. Das wird der Stahl sein! Das wird der Stahl sein! Das wird der Stahl sein! Wir klären uns auf dich. Wir klären uns auf dich. Wir wollen Schafe sein. Wir wollen wir Wölfe sein. Wir gucken uns auf dich, wer weiter zu gehen. Jawohl! Wir klären uns darauf. Vielen Dank.